Ich putze mal wieder unseren Gemeinschaftsflur und ich glaube, meine Staubsauger waren absolut überfordert. Wenn meine Staubsauger nicht sofort kaputt gehen, habe ich erstmal mit einem Tuch den groben Schmutz entfernt. Es war auf jeden Fall mal mehr als nötig. Ich glaube, es kommt sehr gut rüber, wie schmutzig es war. Und dann habe ich erstmal alles komplett aufgesaugt. Durch das Herbstwetter ist der Flur einfach so dreckig geworden. Und ich habe dann auch vor der Haustür gesaugt, wenn schon, denn schon. Danach habe ich meinem Staubsauger eine kleine Pause gegönnt und erstmal sauber gemacht. Mit einem feuchten Lappen bin ich dann über die Haustür gegangen und habe mal wirklich alles abgewischt, was man so finden konnte. Dazu gehörte auch mal die Türklinkel desinfizieren. Im Keller habe ich noch gesaugt und war dann fertig. Folgt mir für mehr Motivation zum Putzen.